Wenn ich hier meinen Männern befehle, eine bestimmte Arbeit zu machen, dann will ich nicht, dass irgendeine Pflaume kommt, um sie für eine Spezialaufgabe abzuziehen. Und damit bin ich bei Ihnen, Delaney. Captain, ich arbeite an dem Gilbert. Frank Sinatra. Wer einen New Yorker wohl inerheiratet, der muss was am Kopf haben. Faye Dunaway. Also mit anderen Worten, du willst davon nichts wissen. Die erste Turzende. Ein besessener Triebväter erschüttert New York. Die gleichen Wundbergmale wie bei Gilbert und Torres. Frank Sinatra in einem fesselnden Psychothriller auf der blutigen Spur des Killers.